Jetzt sind hier oben die Gold, 7 und 8, das A-Tonale mit am Start aus Weilheim die 7.40, Annika Rilf. Aus Waldmannsweiler die 5.53, Lila Meier. Und last von dem Lief aus Weinstadt die 3.00, Tilgert Neue. So, ab geht's hier bei der Götting, nach der guten Start, hat die Mila Meier, aber nen Titschmüller. War die Fahrerin aus Bayern, aus Oberbayern, aus Weilheim, Annika Rilf. Sie fährt auf Position Nummer 1. Und Mila Meier aus Waldmannsweiler auf der 2.00 und die Tilgert Neue aus Weinstadt im Moment auf Position Nummer 3.00. Auch aufgekommen auf der dritten und vierten Position Schaumer auf die kleine Maus noch ranfährt an die Fahrerin. Auf der Position 2 an Mila Meier. Schaumer, ganz vorne, ganz vorne fährt Annika Rilf. Die Fahrerin im Weißensträger, sie fährt für Weilheim und sie fährt auf Position Nummer 1. Ja, jetzt hat sich's aber, ja, rausgestellt. Wer Satz 2 nimmt, es ist Tilgert Neue und die Tilgert Neue, die landet auf Position Nummer 3. So, das B-Finale. Beuys 07 steht um. Start. 右